Untertitelung des ZDF, 2020 Sie wissen, dass diese schöne Stadt unter Schutz der UNESCO ist. Es bedeutet, dass wir die Kultur des Europas, und wir sind eher stetsen von der Situation um uns, aber ich hoffe sehr, 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 dass wir uns nicht von der Krieg, die sich um uns. Das bedeutet, dass alle diese Militärte, die hier nicht willkommen sind, und alle Situationen werden überwunden, und ich hoffe, dass die Kultur und die Herzen der Kultur werden. Ich bin froh, dass ich die anderen Menschen aufhören. an irani uciwilnim lukame.